Das hier, nee, das ist mein Ding. Hey, hier ist er. Hier, schnapp ihn, der Mann. So, und jetzt hau reich die Feuer an. Ja, und dann donnern wir zum Mond. Na, ich will hoffen, dein Ding ist größer als der Dochtier. Hey, Mann, willst du aussteigen und einen Marathon drauf machen? Hey, du wolltest dich doch auf den Mond schießen, was? Freut mich doch mal, ob ich Holzeier haben möchte, Mann. Ich hab hier einen Joint-Mann, den ich für eine ganz besondere Gelegenheit aufgehoben hab. Na, das wär doch jetzt. Hey, ich hoffe, die Drums versauen dir deine Polster nicht, Mann. Nein, ich bin auch in der Band. Wirklich? Ja, ich bin der Liedsinger, Mann. Oh, das ist stark. Ja, wir spielen alles, von Santana bis El Chicano. Ich meine, weißt du, alles, weißt du? Hey, I'm just a love machine. And I don't work for nobody, but you know, I'm just a love machine. And I don't work for nobody, and you know, my temperature rise. And I say, I'm just a love machine. Hey. Hey, Walker, das ist schon, Mann. Ich will sagen, für den Funk, das Ding, kannst du gleich das Massagestart verkaufen? Eine Rot-Rakete. Hey, sei vorsichtig mit dem Shit, Mann. Ja, weißt du, das haut mir den Schädel runter, Mann? Kann ziemlich einen Hammer vertragen. Ja, besser, du würdest dich ein bisschen anschnallen, Mann, ja? Würde ich dir empfehlen. Ich gebe, seit ich bei meiner Mutter rausgekochen bin. Ich hab mir schon alles in die Kiemen gehauen. Na, weißt du, zum Beispiel Michoacan, Mann, Acapulco Gold, Mann. Aber sein muss ich auch mal eine Matratze durch. Was soll denn das für ein Zeug sein? Na, was glaubst du, was in einer alten Mexikaner Matratze für ein Gast drinsteckt? Au, eine Sauerei ist das. Da musst du alles nicht so eng sehen, Mann. Jedenfalls verputze ich das Ofenrohr ganz allein und dann laufe ich immer noch wie in H1. Da habe ich überhaupt kein Problem, Mann. Tiefer und dann raus damit, Junge. Das bläst einem irgendwie ganz schönen Sack auf, was? Ey, Mann. Was? Was? Oh, was sei denn hier drin in dem Shit, Mann? Hauptsächlich Maui-Waui, Mann. Ja. Aber ein bisschen Labrador ist auch drin. Was ist Labrador? Ist Hundescheißen. Was? Ja, mein Köter hat meinen Stoff gefressen. Ja, es lag auf dem Tisch rum und der Blödmann hat's glatt gefressen. Ja. Ja, und dann bin ich mit der kleinen Tüte und einer Schippe drei Tage hinter ihm hergelaufen, bis ich's wieder zurück hatte. Der Köter war halb wie ein Amtmann die Tage. Du meinst also, wäre auch ein Hundescheißer, Mann. Frisst einem die Augen raus, was? Weißt du, irgendwie finde ich's jetzt sogar besser, als es vorher war. Na ja, ich frage mich, wie die Dänische Döcke wohl schmeckt, Mann. Oh, oh, warte. Das ist wirklich ein schwerer Shit, Mann. Sag mal, findest du, ich fahre okay? Ich glaube, wir parken, ja.